Jetzt ist er zu weit gegangen. Pellegrini hat meinen Sohn entführt. Dafür wird er bezahlen. Kennen Sie den? Selbstverständlich. Hassan Diop. Die Polizei verhandelt nach Hassan Diop. Dem meistgesuchten Mann Frankreich. Und jetzt verschwinden wir. Ich würde ihm gern weiterhelfen, aber ich glaube, Sie verschwenden Ihre Zeit. Hassan kommt nicht mehr. Das war eine Falle. Ich bin unschuldig. Unsere Stiftung ist bestohlen worden, aber davon lassen wir uns nicht beirren. Denken Sie, dass Diop kommen wird? Diop liebt den großen Auftritt. Er kommt ganz sicher. Da darf nichts schief gehen. Keine Lügen mehr, keine Dummheiten. Los geht's. Also, wie sieht dein Plan aus? Was willst du mir damit sagen? Kann ich machen? Hör mir genau zu. Verstanden? Ja, verstanden. Versuch's mit kaltem Wasser. Der Kaffeefleck auf deinem T-Shirt. Mit kaltem Wasser geht er raus. Bereit. Und nun, Magie. Du bist bist du nicht? Du bist bist du nicht. Heißt du nicht. Du bist du nicht. Du bist du nicht. Du bist hier. Untertitelung des ZDF, 2020